Was geht ab, liebe Kampfsportfreund, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NoTimeMA. Conor McGregor hat offiziell enthüllt, auf Twitter natürlich, dass er bei der UFC 300 wieder am Start ist. Ja, das hat er gesagt in April. Also sein Coach hatte zuvor in einem Interview gesagt, dass dies relativ unwahrscheinlich ist, weil die UFC das nicht möchte. Ja, Conor McGregor ist schon im US-Anti-Doping-Agentur-Testpool. Er ist wieder drin, das heißt, er hat schon seine ersten Tests abgegeben. Das bedeutet, er ist schon clean. Sonst hätten wir schon was anderes von der US-Anti-Doping-Agentur erfahren. Sein Coach hat uns schon bereits enthüllt, dass McGregor das Training sehr, sehr ernst nimmt. Er hat ihm auch aber ganz klar gesagt und uns Zuschauern, dass er sich wirklich eine Zeit sehr Sorgen um McGregor gemacht hat, weil er so abgestützt ist in das Partyleben. Er hat es jetzt nicht ausgesprochen, aber in den exzessiven Konsum würde ich es mal so behaupten, dass das natürlich auch die Sorge des Coaches von ihm war, was natürlich mehr als berechtigt ist als Coach, der natürlich Conor McGregor aufgebaut hat, der diesen langen Weg mit ihm gegangen ist. Und auch, wenn viele gesagt haben, er muss das Camp wechseln, er muss sich weiterentwickeln, sein Trainer ist nicht mehr auf dem Top-UFC-Level und alles drum und dran. Ich glaube, das ist einfach so eine gewisse Loyalitätssache, trotzdem noch bei seinem Coach zu bleiben, der ihn damals hochgeholt hat, der alles für ihn getan hat. Und ich glaube, Conor McGregor hört sowas gar nicht. Er hört da gar nicht hin. Und darüber hinaus denke ich auch, dass McGregor an sich selbst einfach ein bisschen die Stimmung angibt, den Ton angibt im Trainingscamp und alles macht, was er auch machen will. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, ich will eher daran arbeiten, dann lässt sein Coach das auch zu. McGregor ist bereits sogar Black Belt im BJJ, was ich sehr erstaunlich finde. Aber Conor McGregors Take-Down-Defense und sein Ground-Game ist allgemein underrated, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall wurde Conor McGregor gefragt, ob er drin ist für die UFC 300, nachdem Berichte geliefert wurden, dass gesagt wurde, McGregor kämpft nicht. McGregor sagt ganz klar, ich bin drin. Ja, ich werde bei der UFC 300 kämpfen. Wäre auch tendenziell möglich, weil sechs Monate dann bereits vergangen sind für die Testergebnisse mit der US-Anti-Doping-Agentur. Vor allem, weil die US-Anti-Doping-Agentur ab 2024 nicht mehr dabei ist. Dann werden andere Bestimmungen kommen, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass das neue Doping-Agentur-Format, das Team, was sich dann darum kümmern wird, die Agentur halt alles nochmal so ein bisschen selber anpasst und vielleicht mit der UFC noch ein paar Kleinigkeiten klärt. Conor McGregor sagte auch, dass viele nicht wissen, was hinter den Kulissen abgeht. Er sehr, sehr dankbar ist an alle Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, dass alle wirklich daran hart arbeiten, für Conor McGregor einen Gegner zu bekommen, sein Comeback zu planen. Und ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass es doch nicht Michael Chandler sein wird. Conor McGregor hat vielleicht gar nicht mehr so Lust auf Michael Chandler. Müsstet ihr mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr zum potenziellen Comeback von Conor McGregor bei UFC 300? Lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei Nulltem.